Liebe Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von uns. Heute zeigen wir euch 10 Mythen in der Kaninchenernährung und werden diese aufklären. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Mythos Nummer 1 ist, dass nasses Frischfutter unverträglich ist und zu Verdauungsproblemen führt. Das stimmt überhaupt nicht, denn es ist völlig egal, ob die Kaninchen trockenes Frischfutter fressen und danach etwas trinken oder direkt nasses Frischfutter fressen. Das macht also überhaupt keinen Unterschied und ihr könnt unbedenklich nasses Frischfutter verfüttern. Und man so am Rande, habt ihr schon mal ein Wildkaninchen mit Föhn und Geschirrhandtuch gesehen? Also ich nicht. Der nächste Mythos ist, dass das Grundnahrungsmittel von Kaninchen Heu ist. Das stimmt auch nicht, denn Wildkaninchen ernähren sich nur von frischen Kräutern und unsere Hauskaninchen haben fast den identischen Verdauungstrakt. Deswegen ernähren auch sie sich eigentlich bzw. sollten nur von frischem Futter ernährt werden. Und Heu ist nur ein Zusatz zu dem frischen Futter. Kohlsorten dürfen nicht verfüttert werden, da sie kleint wirken. Das stimmt nicht und als Kaninchenhalter kann man sein Kaninchen unbedingt alle Kohlsorten verfüttern, außer wenn man Trockenfutter mit Pellets zusätzlich verfüttert. Denn Pellets und Kohl verträgt sich im Magen der Kaninchen nicht gut. Und deswegen sollte man dann das Trockenfutter mit dem Pellets weglassen. Generell sollte man ja Trockenfutter nicht verfüttern, da es nicht gesund für Kaninchen ist. Wenn ein Kaninchen nicht trinkt, ist es krank. Das stimmt auch nicht, denn die meisten Kaninchen trinken eher weniger oder sogar gar nichts. Das liegt aber dann nicht daran, dass sie krank sind, sondern da ihr Wasserbedarf auf natürliche Weise gedeckt wird. Also durch das Frischfutter. Denn allein Wiesenpflanzen enthalten 80% Wasser. Das heißt, dass die Kaninchen eben nicht so viel zusätzlich reines Wasser durchnehmen. Trotzdem sollte man natürlich immer einen Wassernapf zu den Kaninchen reinstellen und ihn auch regelmäßig, also jeden Tag frisch machen und sauber machen und frisches Wasser reintun. Wenn ein Kaninchen aber plötzlich von einem auf den anderen Tag nichts mehr trinkt oder plötzlich sehr viel trinkt, das können dann Krankheitsanzeichen sein. Dann sollte man das am besten direkt mit dem Tierarzt abklären. Aber ansonsten ist es nicht schlimm, wenn Kaninchen nicht viel trinken. Industrielles Trockenfutter ist perfekt an die Bedürfnisse von Kaninchen angepasst und kann deswegen auch verfüttert werden. Das ist auch kompletter Quatsch, denn Trockenfutter mit Pellets und all den anderen schlechten Inhaltsstoffen sollten auf keinen Fall an Kaninchen verfüttert werden. Wir haben dazu auch ein Video gedreht, wo wir genauer erklärt haben, warum man Trockenfutter nicht füttern sollte. Denn es hat eben sehr schlechte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel pflanzliche Nebenerzeugnisse, die einfach nur aus Abfall bestehen. Deswegen ist es überhaupt nicht an die Bedürfnisse von Kaninchen angepasst und deswegen sollte man dieses schlechte Trockenfutter auch auf keinen Fall verfüttern. Kommen wir zum nächsten Mythos. Brot ist nützlich für den Zahnabrieb. Das stimmt auch nicht, denn es ist viel zu leicht zu zerkauen, nicht gesund und macht zu schnell satt. Denn für den Zahnabrieb benötigen die Kaninchen eine Sache, die nicht schnell satt macht, ihnen gut schmeckt und auch für Kaninchen gut geeignet ist, also nicht ungesund ist. Am besten eignen sich dafür Äste, wo die Kaninchen dann dran rumknabbern können. Wir empfehlen Apfelbaumäste, denn die sind bei unseren Kaninchen am beliebtesten. Der nächste Mythos ist so ähnlich. Und zwar Trockenfutter und Pellets sind wichtig für den Zahnabrieb. Auch das stimmt nicht, denn es ist zum einen ungesund und zum anderen macht es auch viel zu schnell satt. Pellets bestehen doch nur aus gepressten Kräutern und sind doch gesund für Kaninchen. Auch das haben wir schon oft gehört, aber leider stimmt auch das nicht. Denn die Pellets sind meistens grün gefärbt, wodurch sie auch gesund wirken, da Kaninchen ja Wiese zu sich nehmen, hauptsächlich und die ja auch grün ist. Außerdem bestehen die Pellets aus Grünmehl, Getreide und Industrieabfällen. Das sind alles Sachen, die Kaninchen nicht fressen sollten, da sie einfach ungesund sind. Deswegen können wir euch nur immer wieder abraten, euren Kaninchen das Trockenfutter aus den handelsüblichen Tierabteilungen zu kaufen. Und es gibt ein, zwei Ausnahmen, wo Trockenfutter nützlich sein kann, beziehungsweise gibt es auch Trockenfutter, welches man verfüttern kann an Kaninchen, zum Beispiel das von Grünhopper. Aber die meisten Trockenfutter, die man so üblich kaufen kann, sind schädlich für Kaninchen und total ungesund und sollten deswegen nicht verfüttert werden. Obst und Gemüse muss man immer schälen, bevor man es sein Kaninchen verfüttet hat. Auch das stimmt nicht, denn wie bei uns Menschen liegen die Vitamine von Obst und Gemüse meistens immer direkt unter der Schale. Und wenn man das Obst und Gemüse schält, gehen dann eben die Vitamine verloren. Deswegen reicht bei den meisten Obst und Gemüsesorten, dass man sie einfach nur wäscht. Außer bei sehr stark belasteten Sorten, da sollte man sie dann doch lieber schälen, da dann eben der Schaden von dem Gespritzten eben überwiegen kann. Der letzte Mythos ist, dass Steinobstäste Blausäure enthalten und deswegen nicht gefüttert werden sollten. Das stimmt nicht, alle Steinobstsorten dürfen verfüttert werden, denn sie enthalten keine Blausäure. Das waren jetzt alle Mythen zu der Kaninchenernährung. Wir haben jetzt noch einen Mythos, der nichts mit der Kaninchenernährung zu tun hat. Aber mein Papa lag es sehr am Herzen, dass wir das noch ins Video nehmen. Und zwar behaupten manche, dass Socke wie ein Elefant aussieht. Das stimmt überhaupt nicht, denn sie sieht aus wie eine schöne Prinzessin. Also kommt niemals auf die Idee, sie als Elefant zu bezeichnen. Das war es auch schon mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüssi!